In der 53. Spielminute Tor für Real Madrid. Es war bereits ein drittes Heute zum neuen Spielstand 3 zu 2. Die Nummer 9, Karin Benzema. Wenn Sie mal hattet den Gord der 3. Bei Fenerbahce, Nadita 3 und 2. Aber ich hoffe, dass wir in der Fenerbahce hattet den Gord. Das war's! Das war's!